Die ersten Hochzeiten habe ich sicherlich einfach aus Spaß fotografiert. Ich hatte schon früher noch während meines Studiums professionell fotografiert, aber ich habe gemerkt, dass ich mich als Fotograf gerade bei den Hochzeiten wirklich kreativ austoben kann. Denn als Hochzeitsfotograf fotografiere ich Menschen und Architektur und Objekte und hauptsächlich Reportage. Für mich ist Hochzeitsfotografie in jedem Fall eine kreative Disziplin. Entscheidend ist vor allem der individuelle Blick des Fotografen, die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die den anderen entgehen. Andererseits ist es für mich auch nicht Kunst zum der Kunst willen. Für mich steht vor allem das Brautball im Vordergrund. Und in meinen Bildern möchte ich diese konkreten Menschen nicht nur einfach von deren schönsten Seite, sondern auch so natürlich und so authentisch wie möglich zeigen. Moderne Hochzeitsfotografie, die ich mache, hat glaube ich außerdem den Begriff weniger gemeinsam mit der Hochzeitsfotografie von der Zeit unserer Eltern. Es geht nicht mehr darum, einfach ein paar Pflichtbilder, eins in der Kirche oder im Standesamt, ein Portrait neben dem Baum und ein paar Ringe über dem Gummenstrauß zu fotografieren, sondern man erzählt eine ganze Geschichte, vom Moment der Vorbereitungen bis spät in den Abend. Für mich ist es insbesondere wichtig, dass sehr schnell Vertrauen aufgebaut wird, dass ich mich mit den Menschen, die ich fotografiere, wirklich gut verstehen kann, dass wir uns auf einer Linie befinden, dass wir Spaß haben. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist die kreative Bearbeitung. Dadurch kann ich die Stimmung und die Atmosphäre des Fotos verstärken und aus den Rohraufnahmen richtig kunstvolle Bilder machen. Für die meisten Paare erstelle ich dann daraus ein schönes, individuell gestaltetes Hochzeitsalbum. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist ein sehr schönes Gefühl, Menschen glücklich zu machen. Ich bekomme es, wenn ich meinen Paaren meine Bilder präsentiere und meine Alben zeige. Ich sehe, wie glücklich sie sind und das macht mich sehr glücklich. Das ist wirklich das Beste an meinem Beruf.